Mein Name ist Kea Königke und ich bin Schauspielerin. Und ich freue mich. Das hier hinter mir ist Deko-Berat. Den Laden gab es seit 1914. Der hat zwei Weltkriege überlebt. Ich freue mich, dass der jetzt weg ist, weil wir haben ja sowieso nichts mehr zu feiern. Wir sollten überhaupt nie wieder feiern. Also, dann sind wir alle am sichersten. Und dann wird das Leben so richtig schön. Sehr schön. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen.